Dieser schwarze Lippenstift soll sich verwandeln können und zwar sollte auf den Lippen blutrot werden. Der ist von der Serie The Vampire Diaries und heißt Hybrid. Alle, die The Vampire Diaries gesehen haben, müssen mir jetzt in die Kommentare schreiben, was ein Hybrid ist. Übrigens, nur mal so nebenbei, The Vampire Diaries ist meine absolute Lieblingsserie. Ausgepackt sieht der Lippenstift so aus und wie ihr seht, ist er wirklich rabenschwarz. Ich habe ihn auf meinem Handrücken geswatcht, aber da habe ich nicht so ein richtiges Ergebnis gesehen. Doch auf den Lippen, Leute, oh mein Gott, schaut euch das mal an. Auf den Lippen ist es nicht blutrot, finde ich, sogar eher so ein Waldbeere-Ton. Der Lippenstift ist unfassbar schön auf den Lippen und er riecht ziemlich gut.